Sorry für die Unterbrechung, ich musste kurz die Tür aufmachen, weil da jemand stand, das Ohr. Ey, das muss zählen. Eins. 8-0. Oh, nur ein Tor. Die lassen du auch nicht mehr. Unfassbar. In Cookdown rein. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute, sie überzeugen auf ganzer Linie. So, das Hinspiel ist also der Ende. Schluss, die Gäste holen sich hier den Sieg und das ist natürlich schon ein Vorteil dann. Danke. Kein Problem. Ist das die Entscheidung? Nein. Ist das kein Vorentscheid? Wir haben gesehen, die können immer wieder brillant aufspielen, immer wieder überzeugen. Und wenn sie dieses Niveau dann komplett im Rückspiel normal gucken können... 8-0 gewonnen. Wir haben ein ganzes Torstetze. Danke für das Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.